Hallo und Willkommen zurück bei Digimon Story Cybersloose. Bevor wir uns jetzt gleich weiter ans Quest machen, wird es Zeit einmal kurz innezuhalten hier, zu schauen, was wir bekommen haben. Gucken, ob wir unsere Farmen noch ausbauen können. Naja, unsere Farmen sind alle fertig. Wir haben noch weitere Farmmodule, aber kein Farmentwicklungsplit momentan. Da können wir an der Stelle gerade nichts machen. Wie sieht das mit Digitation aus? Und Digibank? Da seid ihr noch nicht bereit für. Du bist noch nicht bereit. Wie viel fehlt dir denn? Oh, noch ein bisschen was. Das ist noch nicht so weit. Okay, also unser Team ist soweit durch erstmal. Für den Moment. 130 Angriff. Na, das wirst du wahrscheinlich nicht kriegen. Dafür bist du vom falschen Typ mit der Bauer. Das können wir noch nicht. So, euch hat hier alle gemakst, ne? Da war ja was. Wir fangen hinten an. Da ist noch Fähigkeit ausbaubar. Was kannst du denn mal werden? Hatten wir das schon? Nee. Kannst du auch gerade gar nicht. Wir können gerade gar nicht so viel machen, ne? Na gut. Dann... Machen wir erstmal weiter Story. Die laufen ja nicht weg. Ähm... Wir kaufen aber nochmal ein paar Items ein. Weil... Es geht langsam tatsächlich ans Eingemachte. Ich hab das letzte Folge schon mal kurz erwähnt. Wir werden bald... Äh... Ins Finale kommen, würde ich mal sagen. So, auch wenn wir dann welche gedroppt kriegen und ich die nicht mehr sammeln kann. Möchte ich gerne... Ein bisschen vorbereitet sein. Davon nehmen wir 90 mit. Davon haben wir genug. SP-Kapseln haben wir genug. SP-Spray. Man weiß ja nie. Stellt beides her. Nehmen wir auch gerne. Multi-Heilung. Mal 18. Wiederbelebung. 95. Wiederbelebung DX mit vollem TP. Und damit sind wir... Play-Tee. Haben wir noch was zu verkaufen? Irgendwas an Wertgegenständen, das weg kann. Da Rubine. Okay. Damit sollten wir eigentlich itemtechnisch gut gerüstet sein. Das heißt, wir wollten nach... Roppongi ins Tokia Metropolitan Gebäude. Im Gebiet um das Metropolitan Gebäude sind bereits Kämpfe zwischen Menschen und starken Digimon ausgebrochen. Magnamon und Alphos Widramon verhindern, dass das Ganze sich ausweitet. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis alles viel heftiger wird. Und nahe der obersten Etage des Metropolitan Gebäudes gibt es ein starkes Kraftfeld. Dort könnte Duftmon sein. Mit Kyoko an deiner Seite wird alles gut, aber... Sei trotzdem vorsichtig, ja? Danke. Kümmer dich nicht um die Stadt. Das mache ich. Tu einfach, was Du tun musst. Sei auch vorsichtig, Matayoshi. Oh, Leute. Es wird ernst. Ich bin Hype. Ich habe ein bisschen Gänsehaut. Könnte auch dran liegen, dass es hier so kalt ist im Schlafzimmer, wo ich aufnehme. Das Fenster ist offen. Die Freunde helfen einander in der Not. Andernfalls werden sie es bereuen. Das musst Du mir nicht sagen, Mama. Hallo. Die meisten Behörden sind wieder in das alte Rathaus umgezogen. Jetzt, wo es in Tokio so aussieht... Kann ich verstehen. Uh, wir werden angegriffen. Aber wir dürfen zuerst. Wir fangen mit dem an, wo wir einen Typenvorteil haben. Umso schneller ist der weg. Nice. Let's look. Du hast zwei Nachteile, aber zeig mir, was du kannst. Der Nachteil macht sich dann doch bemerkbar. Du schaust dich, du. Toll, du hättest es beenden können. Danke. Wenigstens einer, der mitdenkt. Okay. Ein paar Level sammeln ist vielleicht bis zum Ende gar nicht verkehrt, ne? Wir sind ein bisschen unterlevelt nach den letzten Digitationen. Hm. So, der Aufzug ist defekt. Der zum 39. Stock ist aus. Zum 14. Stock ist aus. Zum 29. ist aus. Ich habe so das Gefühl, wir müssen alle nacheinander aktivieren. Wer streamt jetzt schon wieder? Mengenrabatt. Lotpremious. Streamed Animal Crossing New Horizons. Viel Spaß. Solange du uns hier trotzdem mit dem Team unterstützt, erlaube ich das. Boss Schlag. Wollen wir auf. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So klingt er nicht. Ziemlich sicher, dass Yoko das gesagt hat. So. Bleibt nur der hier. Zwölfte Stock. Wir könnten in den 13. Aber wir schauen uns erst einmal um. Was hier so auf uns wartet. Ein Kampf. Ich erinnere mich, bei meinem ersten Durchspielen habe ich hier sehr lange gegrinden müssen, um alle auf maximale Fähigkeit und aus Mega Level zu bringen. Da sind wir diesmal deutlich früher dran, als ich vorher gegrindet habe. Ich möchte trotzdem hier gerne ein paar Level noch machen. Je näher wir an Level 99 sind, umso sicherer fühle ich mich. Danke. Sollte reichen. Und wir bekommen hier auch gut Level. Wir könnten noch Taktika-USBs ausrüsten, damit wir mehr Erfahrung kriegen, aber das Scannen finde ich immer noch besser. So, hier können wir auch in den 13. Wir gucken uns erst einmal alles an. Wir werden hier ein paar Minuten herlaufen müssen. Da bin ich mir sehr sicher. Aber das ist ja auch gleichzeitig eine Trainingsmöglichkeit. Okay, der hier. Da sind alle in den 13. Aber wahrscheinlich auch in verschiedene Sackgassen. Schauen wir mal. Hm, wir greifen erstmal auf Masse an. Und hast du eigentlich nichts Besseres als das gelernt. Das ist ja schlimm. Au. Alle drauf. Was? Was? Das habe ich noch nie gesehen. Das sah cool aus. Mach das öfter. Coole Sache. Nachricht. Na klar, ich bin nicht leichtsinnig. Ich will nicht sterben. Geht auch für dich. Wer hat mir noch geschrieben. Da waren noch zwei Nachrichten. Achso. Ja, ich kann mich nicht um dich kümmern, aber ich bin stolz auf dich. Die Mama. So, hier kann man wieder runterfallen, wenn man irgendwo oben war. Dann fahren wir nochmal mit dem ersten Affarschul an. 13. Stock. Herzlich willkommen im Labyrinth. So, hier springen wir runter. Weil wir wollen ein Item haben. Weil wir gierig sind. Hm. Das führt uns hier unten hin. Das war also nur ein Rückweg. Danke. Dann sollte das ausreichen. Ja. Vor allem in einer 3er-Kombo. Das wird dick reichen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, Mengenrabatt war am Anfang deutlich besser im Team. Und es steckt jetzt so ein bisschen hier fest. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes in der Form. Weil er hat so eine ausgeglichene Werte, dass die Verteidigung recht hoch ist. Dafür der Angriff nicht besonders. Und... Hm. I don't know. Danke, dass du immer da bist. Hab dir was geschickt. Vielen Dank. So. Wir konnten da runter springen. Dann will ich noch da hinten gucken. Weil oben lag auch noch ein Item. Vielleicht kommen wir da aber dahin. Hab ich auf der Karte nämlich schon gesehen. dieses Farmentwicklungskit. Nice. Mehr Farmen sind immer gut. Okay. Wir haben ganz oben. Wir haben rechts und Mitte. War noch ein viertes da? Oder waren das alle? Und da kamen wir gerade runter gehüpft. Okay. Dann nehmen wir nochmal den ersten, den wir hatten. Genau diesmal nicht links runter. Nee, wir sind da gar nicht runter gehüpft. Entschuldigung, dass wir hier auf der Ebene... Liegt hier noch irgendwas? Nein. Auf der Ebene hier. Dann rutschen wir den zwölften. Da ist ein Item. Ich mag die Sirenen auf den Schultern. Von Hai Andromon. Ist doch Hai Andromon, ne? Hai Andromon. Ähm, erstmal den, der uns mehr Schaden macht aus dem Weg. Ich hoffe, das reicht. Ja. So eine krasse Attacke. Gambarte! Cool. Stockt ihr mal ein Level auf? Das ist gut. Shit. Hier wollte ich noch gar nicht runter. Ich wollte nur gucken. Ach, ich wollte noch oben das Item holen. Jetzt muss ich eine extra Runde drehen. Müri, ist ja da mehr da ja. Ich habe übrigens mal ein bisschen auf YouTube gestöbert. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Das ist schon eine Weile her. Wow. Cool. Und habe ich mal in eine andere Digimon-Let's Plays reingeschaut. Es gibt Let's Plays, wo die Leute die Kämpfe komplett rausschneiden. Also die lassen nur die Bosskämpfe drin. Und alle Random Encounter machen sie, schneiden die aber voll raus. Also man sieht, dass der Kampf beginnt. Man sieht kurz den Endscreen und dann laufen sie weiter. Immer so eine Sekunde oder so. Hättet ihr das besser gefunden? Weil dann ist ja irgendwie mehr als die Hälfte des Spiels raus. Dann ist es ja nur noch Dialoge. Wäre das cooler gewesen für euch? Weiß ich nicht. Also würde ich nicht machen, werde ich auch für Teil 2 nicht machen. Weil ganz ehrlich, das würde ich mir auch nicht angucken wollen. Und ich mache nichts, was ich nicht selber auch gucken würde. 14. Ich muss nochmal zurück in den 12. Ich muss dir was sagen. Ich gehe jetzt wirklich mit Ryota aus. Hey, hör mal. Ich bin, ich, 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 ich habe es endlich geschafft. Stell dich nicht so an. Erzähl es mir. Glückwunsch. Hier können wir nochmal heilen. Nee, aber ohne die ganzen Kämpfe. Ich weiß nicht. Irgendwie. Warum machen Leute sowas? Und das habe ich bei mehr als einer Person gesehen. Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Das scheint fast schon üblich zu sein. Insel Nummer 5. Vielleicht muss ich nochmal so eine Sofa-Session machen. Und die alle durchdigitieren, durchgrinden. Auf den Inseln. Weil im Moment liegen die alle ein bisschen nutzlos rum. Und zwei Inseln sind, oder drei Inseln, sind bei uns im Moment komplett unbewohnt. Naja. So, wir machen einmal einen Zwischenspeicher. Weil, wenn hier ein Heilpunkt ist, dann passiert irgendwas. Fürchte ich. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Komme ich hier nochmal runter? 26. Stock. Aufzüge zur Lobby sind mit Strom versorgt. Ah, jetzt können wir von hier aus runter. Und kommen auch von der Lobby auch wieder hier hin. Das heißt, ich kann nochmal in den 12. fahren und kann nochmal das holen, was ich verpasst habe. Das ist gut. Das machen wir schnell. Dafür sind wir hier lang. Sind mit dem gefahren. Richtig, richtig. 13. Sind rechts rum. Und dann müssen wir aber wieder runterfahren. Und laufen dann hoch anstatt runter. Alles klar. Kompliziertes Gebäude ist kompliziert. So, nicht aus Versehen runterlaufen. Hi. Was zum Geier bist du? Gran Cura Gamon. Ich glaube, ich habe mir schon mal kurz beim hoch an runter digitieren gesehen. Das ist aber nicht, ob du in der Aufnahme warst. Also, ich meine, für einen Walkthrough könnte man das machen, wenn man quasi nur so eine Anleitung zeigen will, wie das Spiel geht und alle Quests und so erklären will. Aber wenn man dann alles rauscht, nein. Ich bin nicht. Geht's bei mir nicht. Trotzdem die Frage, wie findet ihr sowas? Ich bin nicht. Ja, Mann. Pipps Rusten. Ich bin auch Hobart. da reicht jetzt wahrscheinlich auch das schon wieso betäubel dich erst wieder lämen das gleiche hier aber könne ich nicht vergeben linge des drachen phönix und das will ich dabei habe levels ohne ende um die soll den können wir verkaufen und das hier führt uns wieder zurück zum anfang ok was bist du 30 stock warum ich habe mir noch nicht gesehen ach so alles klar ist hier noch irgendwo ein item das so rumliegt manchmal liegen ja diese glitzer die gar noch rum die nicht in den trugen sind die werden auf dem radar nicht angezeigt tp zusatz und hier so was meinte ich eine medaille von platinum ich habe schon magst du das erdbeben also wenn wir nicht so nah am ende wären dann würde ich tatsächlich sagen wir digitieren mengen rabatt noch mal runter auf die ersten form und gucken was dann werden kann das würde sich nur dann lohnen wenn ich wirklich noch eine grinding session einlegen würde bis zum ende und wenn ich die nicht muss würde ich es ehrlich gesagt vermeiden wollen danke ich muss dir auch danken weil du mir immer zeit mit ihm verbringst die wahrheit ist ich gehe mit sakura aus ich hätte auch fast aufgegeben hast du aber nicht was so lange gestalkt bis du es überzeugt hast nichts falsch machen hier wollen wir ihn den haben auch bald voll das kind interessant finde ich dass die alle jahren passen wenn ihr überlegt wie groß so ein mega kaput erimon und herkules kaput erimon und die alle sind gerade im anime überhaupt nicht ein passenden so ein flur aber sind einfach alles kleine exemplar oder auch mengenrabatte ist ja auch eigentlich riesig genau sie kriegen gerade einfach einfach draufhauen gut durch die kampf reinfolge rechts an der wäre niemals leben noch da angekommen hocher dann kann heilen weg weil es das gleiche für mehrere status barriere und die lehmung kann weg so wauhaus Ich bin wieder da. Ich kann mal den Mikropegel beobachten, dass mein Lüfter hier angegangen ist. Eigentlich sollte mein Mikrofon so gepegelt sein, dass ihr den nicht hört, dass das Rausch unterdrückt wird, aber zu einem Grund hat es das gerade trotzdem mal aufgefangen. Okay, ähm, 14. Stock genau. Genau, hier waren wir. Ja, und wir können jetzt hoch in den 26. Stock. Wo führt das hin? 27, 28. Gucken wir uns gleich an. Wir erkunden erstmal wieder. Gibt es hier neue Digimon? Jetzt gibt es. Äh, du bist... Datei, ne? Im Ende muss ich gleich mal die Aufstellung hier ein bisschen anders machen, dass wir einfach gegen jeden Typen einen Effektiv haben. Einfach um das hier abzukürzen, damit wir schneller durchkommen. Natürlich daneben, warum auch nicht. Ja, wir machen gleich mal ein bisschen was anderes. Das war effektiv. Gut, dass du den jetzt erst anmachst. Äh, äh... Äh, du hast keine magischen Angriffe, also blockst du. Danke. Hast du magische Angriffe? Ne, aber du kannst es auch machen. Hast du magische Angriffe? Hast du. Okay, wenn ich jetzt das Team wechsle, dann haben die zwar nicht die Scanner. Aber... Ich glaube, das können wir verkraften, oder? Ähm, wir nehmen mal... Statt Mengen-Rabatt. Nehmen wir Earl mit. Und statt Sera nehmen wir... Nehmen wir Belebu. Ja, wir probieren das mal. Zwei Wiederbelebungskapseln. Ein Aufzug. Und... Eine Stufe zum Runterspringen. Zwei Wiederbelebnis. Zwei. Du darfst. Du darfst. Den angreifen. Sweet. Und du darfst das ganze Bälle. Ah, gut. nicht effektiv macht sind nicht gereicht okay dann stelle ich mir die frage sollten wir vielleicht doch noch mal ein bisschen was trainieren wer kann denn drei sachen tragen oder brooke bädel buch an drei haben wir noch ein virus der drei tragen machen mal wir sind mal kurz verrückt ja ach shit die taktiker usb sind alle bei denen bei dem platinum sukhamon dann ist egal ich könnte jetzt alle mit taktikern ausrüsten also einfach noch ein bisschen mehr im erfahrung unterwegs zu holen ich glaube das wird nichts ich habe nämlich keine lust von denen noch die items abzuziehen und dann machen wir so weiter wo geht es denn hier hin 27 28 auch wir gucken mal da ist nichts hier ist was 27 multiheilung 28 oh gott jetzt auf drei ebenen puzzeln hier das strengt meinen kopf an vielleicht immer gleich erst zurück und dann so nicht gereicht hast aber hier werden wir im level kommen ihr erreicht das beim nächsten mal hab dir was kleines geschickt so gehen wir zurück dann gehen wir noch mal zum aufzug am anfang und gucken da auch in 27 28 bevor wir dann hier weiter erkunden gleich das wird ja nicht reichen gegen herkules kaputti remont weil nicht effektiv aber wenn ihr beide angreift die beiden gucken wir uns noch an 20 20 hat sich gelohnt ein ein das ist das ist das ist das ist muss einmal gerade auf eine nachricht antworten obwohl ihr hier live dabei seit es war dringend es geht darum dass meine frau gerade was gebacken hat mich gefragt hat ob ich was möchte ich habe gesagt ja wo ich mir gleich ab mutpunkt das ist erfahrung in reinform haben wir noch nicht dann vielleicht doch lieber auch das kennenzulernen doch noch noch doch noch die kämpfe so die ecke gibt es noch mehr von euch jetzt findest du bestimmt nicht so geil das gegen dich schon mal du dich jetzt gut anstellt hier ist nix dann kommen wir da runter und beim nächsten mal erforschen wir dann den rest von der geschichte hier wo der aufzug und sind führt nach diesem kampf und in der nächsten folge ist da überlebt schon wieder so das schafft ihr jetzt aber oder was sie gesagt hat und außerdem danke ich euch fürs zusehen danke für eure zeit wir sehen uns beim nächsten mal in stockwerk 27 und 28 wenn es wieder heißt die story sei was los bis dahin und ciao bis zum nächsten mal